Liebe Zuschauer, schön, dass ihr am Start seid. Es freut mich sehr, euch hier mal wieder begrüßen zu dürfen zu einem sehr schmerzhaften Thema. Also, wenn das heute nicht das schmerzhafteste Thema des Abends wird oder auch des Videos hier wird, oder der letzten Videos wird, dann weiß ich auch nicht. Denn Rezo hat eine Antwort rausgehauen auf Torik, ja, die Grobmotorik. Und ich glaube, viele sind da gespannt drauf, haben da Bock drauf. Ich kann nur sagen, wenn ihr mehr davon sehen wollt und auch den zweiten Teil sehen wollt, weil ich splitte das in Teil 1, Teil 2, dann lasst super gern einen Sub da, weil 70% schauen immer noch meine Videos ohne Abo an. Also, es ist wirklich bitter. Es ist ehrlich bitter. Was krass ist, es sind mehr weibliche Zuschauer dazu gekommen. 54% mittlerweile. Also, an die weiblichen Zuschauer da draußen, ihr seid die Besten, muss ich ehrlich sagen. Ihr macht schon das Zeug, finde ich gut. Wichtig und richtig. Und wir gehen jetzt hier auf Schlumpf. Kanäle, die sich deine Zielgruppe anschaut, Schlumpf. Und da gehen wir jetzt rein. Abfahrt. Ja, das ist unangenehm. Du kannst einen Satz abspielen und musst dich erstmal erholen von diesem Satz. Ja. Wie ist er da drauf gekommen? Ich kann diese Sätze nicht verarbeiten. Ich habe lange nicht mehr so viel, ein Video zugeschickt bekommen. Würdest du mit Torik reden? Er würde mit jedem reden, meinte er. Also, das Problem ist, dass Torik, ich habe mir, mir wurde zugeschickt, dass er eventuell bei der Gruppe Awakening Church ist. Das ist wie eine, ich will jetzt nicht sagen, eine Sekte, aber das ist eine, die pushen sich alle sehr krass untereinander und machen sowas wie Geisteraustreibung und Dämonenaustreibung und so weiter. Und deswegen erzählt er auch so krasses Zeug. Deswegen gehe ich davon aus, dass er auch dort mit Teil davon ist. Und ja, ist schwierig. Ich weiß nicht, ob das zielführend ist, mit dem darüber zu reden. Wie das? Ja, also Exorzismus, wirklich, es ist Exorzismus. Von dem Torik. Äh, Torik, für die Leute, die ihn nicht kennen, ist ein, ich sag mal, ein Christ, eine bestimmte Art von Christ. Und er kam in einem Video von mir mal vor. Du kriegst gleich eine aus dem Maul, ja. Wo ich generell über so ein bisschen christliche TikToks gesprochen habe. Und da unter anderem habe ich TikToks von ihm gezeigt, wo er, glaube ich, so Sachen gesagt hatte wie, ich glaube, er hat gesagt, äh, weiß ich, 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 Schwulsein ist, ach, ich will ihn jetzt nicht missquoten. Ich habe es nicht hundertprozentig im Kopf, ich will ihn jetzt nicht missquoten. Aber dann haben mir ganz, ganz viele Leute zugeschickt, dass er wohl ein Antwortvideo gemacht hat auf mich sozusagen. Das ist, glaube ich, das hier. Genau, Rezo hat ein Video über mich gemacht. Ähm, mit Homosexualität ist Sünde auf dem Thumbnail. Und ich habe leuchtende Augen. Rot leuchtende Augen. Wie ein Dämon. Das wird abgefahren. Was mich wundert ist, bevor wir starten, was mich wundert ist, das Video, also das ist aus dem Video, wo er drin vorkam von mir. Das ist, glaube ich, drei Monate her, ne? Also, und jetzt, das kann... Das ist vom, ich habe da geguckt, dachte ich, für mein Video, das ist vom Oktober letzten Jahres. Also, das wird vier Monate alt jetzt, den Monat, glaube ich. Es ist einfach, der hat sich jetzt einfach ein Viertel oder ein Dritteljahr Zeit genommen, um jetzt plötzlich mit so einer Kacke Aufmerksamkeit zu bekommen. Hat er auch hinbekommen, aber ich glaube, da steht er nicht positiv da. Und ich bin mir auch nicht sicher, ob er damit gerade Leute erreicht, aber ich glaube, er versucht, die militante Veganerin-Thematik oder Methodik anzuwenden. Und zwar so krass und auffällig zu polarisieren, wie es nur geht, egal wie komischer ist, um wenigstens ein paar Leute ranzuziehen oder darauf aufmerksam zu machen, dass es sowas gibt, wie er sich gibt halt. Dass es halt Leute gibt, die so hardcore an der Thematik ist. Kam irgendwie jetzt, jetzt raus. Vielleicht macht dieser Thorik ja sonst bessere Sachen. Hör mich, bombastisch. Thorik, neftig. Dein Gott, Jesus, die Zeit dafür hat, sich damit auseinanderzusetzen, dass du gay bist. Hallo, liebe Freunde, es ist einfach ein G- Oh, jetzt wird es leiser, aber dann muss ich wieder lauter machen. So, okay, let's go. Ich hoffe, euch geht es gut. Wie einige von euch vielleicht mitbekommen haben oder auch nicht, hat der liebe Rezo aka Arenso ein Video bezüglich mir gemacht, beziehungsweise der christlichen TikTok-Community, in wel- Ja, aber es ist schon länger her, oder? Habe ich es richtig im Kopf, dass es, ähm, dass das Video von mir dazu wirklich so drei Monate her ist oder so? Ich bin jetzt zu faul nachzugucken. Drei Monate? Vier Monate? Okay, manche schreiben vier in den Kommentaren. Und ziemlich aus dem Kontext genommen hat, weswegen ich heute auf sein- Oh, was hat er gesagt? In welchen mir auch meine Clips verwendet hat und ziemlich aus dem Kontext genommen hat, weswegen ich heute auf sein Video eingehen möchte. Okay, das ist doch schon mal gut. Es ist doch schon mal gut, dass er jetzt ein Antwortvideo macht und sagt, ey, ich möchte da irgendwie Sachen konkretisieren. Äh, er wurde aus dem Kontext genommen. Das Ding ist, er wurde halt nicht aus dem Kontext genommen, ne? Also, ihr, ihr wisst es vielleicht nicht, weil ihr wisst, vielleicht habe ich ja seine, seine TikToks total zusammengeschnitten, äh, die ich da gezeigt habe. Aber, ähm, ich sag mal so, also, als wir diese TikToks gesehen haben von ihm, das war schon, dass ich so im Office dann zu den anderen auch hingegangen bin und gesagt habe, hä, was haltet ihr denn davon? Und die auch so, Digga, was geht bei ihm? Also, war jetzt nicht so, naja, weiß ich nicht, äh, dass ich da irgendwie rum, rumgetrickst habe. Aber, aber, vielleicht lüge ich euch auch völlig an und er zeigt in diesem Video jetzt den richtigen Kontext. Ich sage ja schon lange, dass die Musikindustrie dämonisch ist. Hörst du gerne Taylor Swift oder Beyoncé oder Sam Smith oder Kendrick Lamar, falls du von denen mal Songs... Also, ich bin Swifty, ja? Schreibt mal rein, ob ihr auch ein Swifty seid. Also, schreibt einfach Swifty rein, wenn ihr es seid, ja? Was gehört hast, dann muss ich leider etwas mitteilen. Du hörst dämonische Musik und bist auf den Teufel reingefallen. Wo bin ich stehen geblieben? Ah, ja, genau, du hörst dämonische Musik. Ist ein bisschen schade, dass die Videoeinspieler aus seinem Video, also mein Video in seinem Video, ist lauter als sein Video. ... und bist auf den Teufel reingefallen. Und ich sage es nicht ohne Grund. Gucken wir uns das Musikvideo von Lil Nase X an, was gerade rausgekommt... Okay, 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 wir starten jetzt ins Video rein. Sein erster Punkt ist, die Musikindustrie ist teilweise dämonisch. Das ist sein Punkt. Darüber hatte ich mich so ein bisschen teillustig gemacht in dem Video von mir. Und er sagt das aus dem Kontext geschnitten oder nicht aus dem Kontext geschnitten, aber es ist... Aber er bestätigt das. ... er stellt sich an einem Kreuz da, er zippt das Abendmahl, als hätte es keine Bedeutung. Nein, danke dir. Aber nicht nur... Er zippt einfach das Abendmahl der Lil Nas X. ... der Lil Nas X ist so, sondern auch Kendrick Lamar, welcher Rezo in seinem Video genannt hatte. Er selbst hat sich schon blasphemisch, selbst als Jesus dargestellt mit Dornenkrone, um ihn zu spotten, praktisch gesehen. Das gleiche gilt auch für Taylor Swift. Um zu spotten, ja. Taylor Swift, bei ihr war es sogar so... Ich glaube, von all denen, die er jetzt gerade aufgezählt hat, ist Taylor Swift die schlimmste. Ich glaube, die ist... die ist voller Dämonen, Digga. Krass, dass es gab Leute an ihrem Konzert, die haben komplett ihr Erinnerungsvermögen ans Konzert verloren. Es gibt Schlangen... Also das können aber vielleicht auch Menschen gewesen sein, die vielleicht eine Frühdemenz oder so oder Krankheiten haben und deswegen haben die das vergessen. Also das muss nicht unbedingt bedeuten, dass das jetzt daran liegt, dass Taylor Swift dämonisch ist. Ich weiß es persönlich nicht. Hintergrund ist komplett... Man kann sich das auch alles so zurechtbiegen und argumentieren, wie man möchte, ja. Oder Filmriss vom Alkohol, das kann auch gut sein. Ich weiß nicht, wie die Swifties so drauf sind, aber ich denke nicht, dass... Wobei doch Swifties, die können natürlich auch stark alkoholisiert sein. Aber ich glaube, da gibt es so richtig viele Asoziale einfach. Kult aus. Ist das jetzt seine Begründung? Okay, seine Begründung ist, Taylor Swift ist voller Dämonen, weil auf dem Bühnenbild sind diese Schlangen. Und irgendwer im Internet meinte, er konnte sich nicht mehr erinnern an das Konzert. Ist das richtig? Ist doch aber richtig. Ey, ich glaube, er hat recht. Ich glaube, bei Taylor Swift ist es ja so, die kommt doch so vom Land. Ich finde tatsächlich auch jeder, der irgendwie Schlangen hält oder Schlangen auch cool findet, so als Tiere, das sind auch ein Stück weit Dämonen, weil Kontaktschuld, ja. Ich finde, man sollte sich auch von diesen Menschen distanzieren. Weil, weißt du, die haben Kontakt mit Schlangen und sowas, das ist eklig. Das ist doch so ein Country-Girl, oder nicht? Ah, das sind die Schleisten. Was? Sie ist doch schon länger kein Country-Girl mehr, oder? Sie macht doch keine Country-Musik mehr. Ey, ich musste mir... Also nicht nur, ich musste mir... Ich habe mir das sogar teils freiwillig reingezogen. Jetzt for real, ich finde die Musik von ihr echt nicht schlecht. Das geht echt fit, das kann man sich echt mal reinziehen. Aber ich musste mir auch stellenweise aufgrund von Tina, weil Tina mag auch Taylor Swift sehr, musste ich mir das immer mal reinziehen, war keine Country-Musik mittlerweile. Ja, die kommt von daher, das stimmt. Aber ich glaube, hier bei dem Konzert war es schon kein Country mehr. Ich glaube, da ist halt Hexerei voll schnell am Start, ne? Da geht man mal, da ist ja auch... Also nichts gegen Taylor Swift, bitte, ja? Da sind nicht die Straßenlaternen irgendwie nachts. Du gehst halt ganz schnell in den Wald, da sieht niemand, was du machst. Machst ein Feuer an, tanzt da drum so nackt. Das ist doch so Hexen. Das gleiche gilt aber auch für Billie Eilish. Billie Eilish manifestiert... Die sowieso, die sowieso. Oh, okay, ja gut, Billie Eilish ist wirklich, äh... Oh, oh, okay. Ja, Billie Eilish, das ist wirklich die Endform davon. Sowieso. Einen unreinen Geist sogar auf Bühne. Danke. Hier der Beweis. Ja. Ja. Ja, sie kann einfach ihr Rücken biegen. Wir haben den Beweis, Billie Eilish ist dämonisch, weil sie macht... Sie lehnt sich nach hinten und macht so ein bisschen, wie heißt das, Brücke? Wie heißt das? Diese Stell... Sie macht Skoliose im Endstadium. Die, ähm, die Körperhaltung, die sie gerade hat. Das gleiche gilt auch für Lil Uzi Vert, XX Tentation, Juice WRLD oder Travis Scott. Bei Travis Scott war es sogar so krass, dass er ein ganzes Ritual abgehalten hatte, mit einem riesigen Portal im Hintergrund. Stell dir mal vor, sie sieht halt einfach, sie läuft halt generell immer so rum. Weil sie ist... Ey, nichts gegen Leute, die Skoliose haben, ne? Ich hab auch, ähm... Nee, ich hab... Ich weiß nicht. Keine Ahnung, es hat noch kein Arzt abgecheckt, da habe ich ja auch öfter Rückenschmerzen. Stell dir mal vor, sie läuft die ganze Zeit so rum. Das ist so normal bei ihr. Leute sind gestorben, Leute haben sich komisch gefühlt, sie sind übernatürlich. Okay, das ist jetzt ganz weird geworden. Bisher war es so ein bisschen funny, aber das ist jetzt schon ein bisschen sehr... Nee, eigentlich ist das nicht okay, was er jetzt gerade gesagt hat. Also, okay, stopp. Ganz kurz. Bis dahin war es halt stupid shit. Ha, 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 wir lachen alle. Er lacht vielleicht auch, keine Ahnung, vielleicht rollt er. Ich weiß nicht, ob er es ernst meint. Ist halt stupid. Aber das hier ist jetzt ein bisschen mehr als stupid, weil da sind halt Leute gestorben. Da sind nicht Leute gestorben, so wie er das irgendwie... Ich hatte dazu ja auch ein Video gemacht, aber irgendwie das jetzt darauf zu schieben, weil es dämonisch ist, dass dort Menschen gestorben sind, obwohl da offensichtlich zu viele Menschen überhaupt da waren und zu wenig Platz da war. Also, ich meine, das ist ein ganz logischer Punkt, weshalb dann Menschen sterben. Und die sind fast alle gestorben daran, dass sie keine Luft mehr bekamen, aufgrund von Panik, aufgrund von zu vielen oder aufgrund von zu krasser Enge. Ich weiß aber nicht, wie dieser Fachbegriff dafür heißt. Aber die sind fast alle davon gestorben. Deswegen, ähm, ja. Also, Torik meint, dass es dämonisch gewesen ist. Also, das war... Das lag nur daran, am Bühnenbild. Ich sag mal, framed. Naja, Toto, danke dir. Weil dann... Nein, 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 das nennt man... Äh... Die Ursache, dass... Nein, ich meine nicht sowas wie Klaustrophobie. Das ist ja klar, das ist sowas Äußerliches. Aber das, weshalb man stirbt, da gibt's einen Fachbegriff dafür. Und, äh, ja. Weil das hab ich tatsächlich auch mir alles angeguckt, weil ich hab ja auch ein Video dazu gemacht, zwischen Torik, Riso und so weiter. Und, äh, da wurde das oft beschrieben, dass die Leute nicht gestorben sind, weil da ein Dämon irgendwo war. Und, oder das ein dämonisches, äh, Bühnenbild war. Sondern, äh, weil die Leute halt offensichtlich... Irgendwas hatten, ach, keine Ahnung, Mann. Ich kann's ja jetzt nicht aus den Rippen leiern bei mir. Toto, danke für die 5 Verständnis. Hal im Hintergrund war. Vielen Dank. Und weil, äh, weil, weiß nicht, da irgendein Ritual war mit nem Portal oder so, da sind halt Leute gestorben, weil's, glaub ich, ne Massenpanik gab. Und Rettungskräfte irgendwie nicht richtig durchgekommen sind oder so. Und dann sind da halt Leute gestorben. Jetzt, boah, Alter. Jetzt, wenn ein Torik da jetzt hinkommt und dem Bühnenbauer ne Teilschuld daran gibt, dass Leute gestorben sind, weil er hat da ja das Portal gebaut. Und das Portal hat ja dazu beigetragen, Leute zu töten oder so. Das ist einfach nur eklig. Nee, da wird's ein bisschen... Und es ist f***ing respektlos, den Leuten gegenüber, die gestorben sind, ne? Also f***ing respektlos, das zu instrumentalisieren für deinen Dämon-Trip, Digga. Nee, 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 das war jetzt bis dahin funny, funny, stupid. Das war jetzt ein bisschen mehr unangenehm, stupid. Portal im Hintergrund, Leute sind gestorben, Leute, ähm, haben sich komisch gefühlt, es sind übernatürliche Dinge passiert. Ja, also, ich... Jemand, der auch übernatürlich ist, offenbar ist, äh, ist es nicht Torik, der selber die Hand auflegt, so, dass Menschen einfach geheilt sind? War das nicht so? Also, ist es doch nicht schlimm, wenn übernatürliche Dinge passieren? ... passiert Dämonen. Doch warum nenne ich das Ganze ganz simpel? Du kannst unreine Geister bekommen durch Musik. Klingt sehr heftig, aber es ist die Wahrheit. Ich war kurz skeptisch. Ich hab mir kurz... Ich hab mir kurz gedacht so... Really? Du kannst unreine Geister bekommen durch Musik. Ist es so? Aber dann hat er gesagt... Du kannst unreine Geister bekommen durch Musik. Da war ich skeptisch, aber dann hat er gesagt... Klingt sehr heftig, aber es ist die Wahrheit. Ja, und dann ist doch was gut. Ich war kurz skeptisch, aber dann hat er gesagt, es ist die Wahrheit. Ja, dann, wenn... Wenn Torek sagt, es ist die Wahrheit, dann wird es doch die Wahrheit sein, oder nicht? Du kannst auch unre... Also, ich hab noch nie im Internet jemanden gesehen, der gesagt hat, es ist die Wahrheit, etwas nicht weiter belegt oder begründet hat, aber gesagt hat, es ist die Wahrheit und dann hat es nicht gestimmt. Also, das ist noch nie passiert. Also, ich kenne nur Menschen, die vielleicht mal aus Versehen die Unwahrheit sagen, aber jetzt sowas wie Lügen oder so, das kenne ich auch nicht. Ich würde es jetzt einfach mal so glauben. Ich finde es stimmt. Ja, vor allen Dingen... Nee. Nee, ich wollte jetzt gerade gegen deutsche Filme fronten, aber ey, deutsche Filme haben es schwer genug. Ich wollte jetzt... Nee, ich fronte jetzt nicht gegen deutsche Filme. Warte, was hat er gemacht? Ja, ich weiß, aber... Ich glaube, ich habe gehört, was er gesagt hat, was er gemacht hat an dem Mädchen. Ich selbst habe vor ein paar Monaten, letztes Jahr, wir haben ja schon 2024, habe ich an einem Mädchen Befreiung gemacht, die durch einen Disney-Film... Einen Disney-Film... Einen Disney-Film einen unreinen Geist bekommen hat. Okay. Ey, mir tut das Ries so leid, weil das ist ja bloß der Anfang davon, da kommt ja noch viel größere Scheiße. Ey, ich bin mit so guter Laune in dieses Video reingestartet. Ich dachte, ey... Es wird so ein bisschen locker, so ein bisschen funny, so ey... Aber dann war das mit dem Portal, dann war das mit dem... Leute sind gestorben wegen Portal, so... Und jetzt sind wir an dem Punkt, dass Thorik darüber redet, dass er Exorzist ist. Also Befreiung ist doch... Also, vielleicht verstehe ich es jetzt völlig falsch, aber eine Befreiung ist doch das, was man bei einem Exorzismus macht. Da sind irgendwie unreine Sachen in den Menschen drin, das ist auch das Prinzip und man holt den da raus. By the power of Christ... By the power of Christ compelts you. Wie ging das bei The Exorzist? Hab ich es nie angeguckt, kann ich nicht sagen. By the power of Christ compelts... Irgendwie sowas. Da wird sowas gesagt, sowas gerufen, und dies, das, und dann ist es jemand befreit von diesen Sachen. Und das ist superkritischer Todes-Stupid-Shit. Also da hört irgendwann so ein bisschen so ein bisschen auch der Spaß auf, ne? Also jeder soll... Naja, also da hört nicht nur der Spaß auf, das ist vor allem auch saumäßig gefährlich, weil Leute, die in Notsituationen sind, sich nicht zu helfen wissen, die geraten plötzlich in so eine komische, man könnte fast sagen, sektenartige Gruppierung, die dann irgendwie davon sprechen, dass die Leute einfach heilen, auch mit den tödlichsten Krankheiten. Ich habe mir da mal was durchgelesen, deswegen kann ich hier auch noch einiges mit ergänzen, zum Thema Awakening Church und Erfahrungsberichte. Und... Naja, ich will nicht sagen, aber das ist... Das kommt mir sehr segnadeig rüber. Auch so sehr brutal. So, dass wirklich Dämonen oder Geister befreit werden, Menschen dann zappeln und aber auch so Panik bekommen teilweise und das wirklich einfach krass ist und wenn die nicht geheilt wurden, dann wird mehr oder weniger eingetrichtert oder gesagt, ja, du hast nicht stark genug geglaubt an Gott. Du wirst geheilt, wenn du stark genug glaubst an Gott und dann wirkt das. Also du machst, also du setzt den Leuten noch den Druck, jo, wenn das jetzt nicht funktioniert, dann habe ich noch nicht so eine starke Bindung zu Gott. und du nutzt... Also, ne, ich berufe mich jetzt auf Erfahrungsberichten nicht darauf, dass es auch wirklich zu 100% genauso gewesen ist, aber man nutzt einfach diesen Glauben an das Gute in der ganzen Thematik, nutzt man, damit die Person einfach weiter da drin bleibt und auch das Zeug erzählt. In der Hoffnung, dass das auch wirklich alles so funktioniert und stimmt, aber am Ende des Tages wird man wahrscheinlich enttäuscht. Ja, für sich selber, zu Hause, glauben, was er will. Solange du damit niemanden, niemanden einschränkst oder so, ist ja alles, alles cool. Aber bei Exorzismus hört der Spaß so ein bisschen auf, weil Exorzismus wirklich zur Folge hat, dass Leute sich halt nicht professionelle Hilfe suchen, die sie eigentlich bräuchten und weil Exorzismus, ich glaube, literally dafür sorgt, dass Leute sterben. Es kommt nicht selten vor, dass Menschen bei Exorzismen, ist das der Plural? Exorzismen? Nein, da sterben Leute bei. Sie hat den Film Melissa Fint geguckt von Disney. Daraufhin musste ich Befreiung an ihr machen. Ihre Augen haben sich nach hinten gerollt und sie wurde freigesetzt durch die Kraft von Jesus Christus. Ich habe auch neulich, äh, nee. Digga, ich muss mich immer, ich muss manchmal Jokes unterdrücken. Nee, nee, nee. Nee, 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 nee. Ich hatte, nee. Jeder, der meine Livestreams guckt auf TikTok und auf Instagram, weiß, dass die Kraft von Gott real ist. Ich will auch nicht religiös sein. Ich sage nicht, hey, du darfst keine gottlose, säkuläre Musik hören, um dir irgendwie den Spaß zu verdr... Ich will auch nicht religiös sein. Hat er gesagt, ich will nicht religiös sein? Guckt auf TikTok und auf Instagram, weiß, dass die Kraft von Gott real ist. Ich will auch nicht religiös sein. Ich sage nicht, hey, du darfst keine gottlose, säkuläre Musik hören, um dir irgendwie den Spaß zu verderben, sondern ich will dir sagen, dass worauf du meditierst mit deinen Gedanken, das wirst du. Die Bibel sagt, so wie du glaubst, dass du in deinem Herz bist, so bist du... Ah, das ist unangenehm. Das ist unangenehm auf einem anderen Level, ne? Also das ist auch wirklich... Also, nochmal ganz kurz, ja? Ich möchte das nochmal ganz kurz anschneiden, weil das ein wichtiges Thema ist. Ich rede ja jetzt hier immer von Awakening Church. Ich weiß nicht, ob er dort mit drin ist, aber mir haben viele Leute geschrieben, yo, das, was der macht, ist eins zu eins, was Awakening Church macht. Das ist wirklich so eine Gruppierung, die sind von Amerika, glaube ich, nach Deutschland gekommen, haben dann in Bayern so eine Organisation gegründet oder einen Verein gegründet, ich weiß nicht, wie man das nennt, Organisation wahrscheinlich, und dann haben die sich da ausgebreitet. Die sind immer sehr, die sind, sage ich mal, sehr radikal, ja? Also sehr hart in ihrer Ansicht. Und das, was ich außerdem gelesen habe, war, die haben ja auch, als aus der Ukraine Menschen nach Polen geflüchtet sind, das sind die, oder es sind einige von der Gruppe als Volontiers, haben sich als Volontiers bekannt gegeben, haben sich an die Grenze gestellt und haben Leute dort versucht, mehr oder weniger für sich zu bekehren. Also, Leute, die gerade in einer Notsituation sind, werden genutzt, damit die Leute praktisch aufgenommen werden, die kümmern sich auch darum, ist ja alles schön und gut, ne, wenn man da helfen möchte, aber die wollen die Leute bekehren, dass sie auch in dieses Awakening Church mit reinkommen. Das ist sehr krass. Also, das ist wirklich sehr, sehr krass und, äh, zeigt mir, wie brutal doch teilweise das Vorgehen ist und wie kalkül das auch ist. Ich halte super, super kritisch. Ähm, dass es überhaupt noch so Exorzismus-Schein gibt, ist einfach, weil Leute stupid sind und mit irgendwelchen dummen Traditionen nicht loslassen können oder so. Das hat ganz, ganz viele strukturelle Sachen natürlich auch. Ich glaube, in der katholischen Kirche ist das immer noch ein Thing. Also, ich glaube, es ist immer noch eine Sache so. Mittlerweile, glaube ich, haben die gesagt, ja, da muss vorher irgendwie ein Arzt nochmal drüberkommen, ob wir einen Exorzismus irgendwie durchsetzen, äh, durchführen sollten oder so. Ich glaube, da gibt es mittlerweile Einschränkungen, die es vorher noch nicht gab oder so. Jedenfalls in Deutschland, vielleicht in anderen Ländern natürlich auch nicht oder so. Aber dieses, die Welt wäre einfach eine bessere, wenn so Leute einfach, äh, nicht so was machen würden. Die Welt wäre einfach eine bessere, wenn man einfach verstehen würde. Ich meine, ich verstehe es ja. Ich verstehe es. Damals, als diese Denkweise gestartet ist, dass Leute gesagt haben, ey, hier sind Leute, die haben doch bestimmt einen bösen Geist in sich drin. Was ist denn der historische Hintergrund, dass das passiert ist? Dass manche Menschen der Meinung waren, dass andere Menschen irgendwie einen bösen Geist in sich drin haben. Das war eine Erklärung für Sachen, die sie gesehen haben. Zum Beispiel gibt es Leute, die psychische Erkrankungen haben oder so. Es gibt Leute, die vielleicht schizophren sind. Es gibt Leute, die vielleicht autistisch sind oder so. Und wenn du vor Tausenden von Jahren das gesehen hast, hast du halt natürlich keinen Plan gehabt, dass es so was wie Autismus gibt. Natürlich nicht. Du hast keinen Plan gehabt, dass es so was wie Schizophrenie gibt oder so. Natürlich wusstest du das nicht. Und dann brauchst du eine Erklärung und was hast du denn gesagt? Ja, keine Ahnung, das wird halt wohl ein böser Geist sein. Verstehe ich. Das ist halt, wenn Leute ungebildet sind oder uninformiert sind. Übrigens, weil gerade gefragt wurde, ob ich da einen Link habe. Pass auf. Es geht um die Seite hier. Madwatch. Die hat das richtig gut geschrieben, auch mal einen Bericht darüber geschrieben. Plus Erfahrungsberichte und so weiter habe ich mir alles durchgelesen, weil ich das interessant fand, weil ich überlegt habe, mache ich ein Video dazu, wusste ich aber nicht ganz genau. Ich habe euch mal den Link rein. Könnt ihr von mir aus auch mal reinschauen. Es ist sehr spannend, aber gleichzeitig auch sehr erschreckend, wie sektenartig das ist. Ich will ja gar nicht auf die Leute vor 2.000, 3.000 Jahren. Ich wäre genauso gewesen zu dem Zeitpunkt. Wir als Menschheit waren halt noch nicht so weit. Aber das ist doch nicht ein Grund dafür, dass wir jetzt Tausende Jahre später, wo wir viel weiter sind, diese Rückschritte machen, einfach nur, weil wir das wichtig finden. Nee, langsam finde ich es richtig schade, was er sagt. Langsam finde ich es richtig schade. Solche Leute wie Torik, die interessiert scheinbar auch die Wissenschaft nicht. wissenschaftliche Erkenntnisse, Krankheiten, was weiß ich. Ja, also auch die, dass es nun mal nicht heilbar ist. Das zum Beispiel, lass es auch Depression sein, dass man nicht mit einem Knopfdruck einfach sagt, okay, du hast jetzt keine Depression mehr. Das ist ein langer Prozess. Ja, und ein Torik, der spielt halt mit solchen Sachen, mit diesen Wunderheilungen und so, um Leute, die in Notsituationen sind, um die schnell in die Gruppe mit einzugliedern. Das ist super traurig und das ist auch super, super gefährlich. Ja, das ist einfach sehr gefährlich. Und deswegen heißt mein Video auch zu dieser Thematik, dass er sehr gefährliche Ansichten hat. Ne, weil er hatte irgendwie, er hat mich in der Story verlinkt und hat gesagt, ja, Alfa Kevin hat das so ein Video gemacht und ich bitte dich, nimm das Wort gefährlich raus, weil meine Ansage war null gefährlich oder so. Aber nee, doch, ich hab schon gut begründet, warum es gefährlich ist. Und jetzt auch Rezo zeigt sich auch nochmal auf, das ist einfach gefährlich und es wird mit der, es wird mit Notsituationen gespielt. Was er sagt, nee, find ich nicht cool. Nee, 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 nee. Also da gibt es ja auch, nee. Nee, es gibt ganz viele Sachen, die Leute wie er, als durchgeführten Exorzismus dann als was Positives irgendwie wahrnehmen oder so und als Beleg dafür, dass es da irgendwelche unreinen Geister gibt und als Beleg dafür, dass es irgendwie exorziert werden müsste oder so, was einfach nichts mit Geistern und der geistlichen Welt und dem Teufel oder so zu tun hat. Und wir wissen, wir wissen in der Psychologie, dass es ganz, ganz viele, dass die menschliche Psyche extrem komplex ist, dass es viele Aspekte da gibt, dass es Dissoziation zum Beispiel gibt, also dass dein, sich bestimmte Sachen in deinem Körper von der Wahrnehmung zum Beispiel trennen oder von der Kontrolle trennen, also dass zum Beispiel deine Hand sich bewegt, ohne dass du sie bewegen möchtest oder dass du Sachen sagst, ohne dass du die sagen möchtest oder so oder dass dein Körpergefühl so ist, dass du irgendwie von oben drauf guckst, das ist Depersonalisierung heißt das zum Beispiel. Ach, scheißegal, ich muss das jetzt nicht erklären, ihr wisst doch alle was. Nee, ich weiß es noch gar nicht. Ich würde jetzt nicht frustriert. Auch. Das heißt, wenn du selbst über dich denkst, hey, ich bin Versager, du hast die ganze Zeit eine Stimme in deinem Kopf, die sagt, du bist ein Versager, du kannst nichts, dann glaubst du das irgendwann. Nee, ich habe eine Stimme in meinem Kopf, die sagt, du bist ein Versager. Und dementsprechend handelst du auch. Wenn du die ganze Zeit gottlose Musik hörst, Musik hörst, die antichristliche Sachen, satanistische Sachen verherrlicht, dann wirst du dich irgendwann dem anpassen. Wenn du... Digga. Digga. Also ich habe, also ich habe oft Moneyball gehört, ja, und seitdem habe ich auch des Öfteren Orangensaft getrunken, also dementsprechend hat er recht. Er hat recht, ja. Dann bin ich verloren. Ihr fragt, was für ein Saft? Wenn das so ist, wie Thorik da gerade gesagt hat, wenn das so sein sollte, dann bin ich so verloren, Digga. Wirklich die Mucke, die ich höre, seitdem ich... Und, und ich bin Hurensohn, weil, pass auf, ich höre gern von Menos Moos das Lied Hurensohn an. Ach, Mann, ey. Bin ich nicht? Ja, bin ich nicht. Aber es ist... Ja, die Logik von Thorik möchte ich auch mal verstehen. Seitdem ich... Seitdem ich jugendlich bin, bis zum heutigen Tage ist... Ne, dann bin ich verloren. Dann bin ich komplett verloren. Das ist nicht mehr rettbar. Wenn du mit Homo-Sto-Tits struggelst und davon frei werden willst, dann bitte doch das mit mir. Jesus. Jesus. Ich weiß wirklich nicht, ob Jesus die Zeit dafür hat, sich damit auseinanderzusetzen, dass du gay bist. Ja, stehe dahinter. Als nächstes will ich darauf eingehen, dass ja, Homo-Sto-Tit ist nicht normal und du kannst davon frei werden. Ich weiß, wenn ich das in der heutigen Gesellschaft sage, kriege ich viel Hate, aber... Zu Recht. Ey, ganz kurz, Leute. Es haben bestimmt manche Leute von euch gesehen, dieses Video. Wird das noch viel schlimmer? Wir sind gestartet mit ein bisschen funny, ha, 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 Taylor Swift ist vom Dämon besessen. Eine Minute später geht es um Exorzismus. Eine Minute später sagt er, Homo-Sto-Tit ist nicht normal. Steigert sich das jetzt so auf der Ebene? Ja, schon. Also, er geht dann noch weiter, dass auch Transmenschen nicht normal sind. Cool. Da kommt auf jeden Fall noch was dazu. Ich freu mich sehr. Ich freu mich sehr. Schön. Ich hatte, ähm, von Pia übrigens noch ein paar Links bekommen, weil er hat irgendwie heute oder gestern noch ein Video veröffentlicht, was wohl irgendwie super, super lang geht. Also, äh, ich glaub, über eine Stunde. Und, äh, da hatte ich, das gucken wir uns natürlich nicht an, weil, Digga, ich guck mir jetzt nicht über eine Stunde Video noch da an, aber Pia hatte so ein paar Timecodes mir geschickt, die, da kann ich auch gleich noch draufklicken. Aber nicht jeder, der Homo-Sto-Tit ist. Also, nur kurze Ausschnitte sozusagen aus dem anderen Video. ... ist, möchte auch Homo-Sto-Tit sein. Okay, also, ich muss es jetzt nicht dazu sagen, auch das ist einfach, ähm, einfach intoleranter Stupid, was er da redet. Völlig klar, wissen wir alle. Homo-Sto-Tit ist nicht normal. Weiß, das ist so, Digga, es ist einfach queerfeindlicher, bla, bla. Es ist Standard. Also, es ist ja auch nichts, was uns jetzt überrascht. Wir wissen alle, dass es Leute gibt, die so sind. Und die Welt wäre eine bessere, wenn er nicht so wäre. Punkt. So schreiben mir ganz viele Leute auf Instagram, dass sie frei werden wollen davon. Und sie sollten auch dieses Recht haben. Homo-Sto-Tit laut Bibel ist nicht normal. Römer 1, 26 bis 27. Wie kann man denn an die Bibel, also, kann man an die Bibel glauben? Das frage ich mich. Also, wie kann man denken, dass es alles richtig ist, was da in dieser Bibel drinsteht? Ich glaube doch auch nicht an Max und Moritz, ja? Als ob es Max und Moritz gab, die genau diese Streichel die ganze Zeit gemacht haben. Da glaube ich auch nicht dran. Torek ist unironisch ein Mensch, der sein Leben offenbar, so wie ich ihn jetzt verstehe, wirklich danach ausrichtet, dass er sagt, die absolute Wahrheit ist dieses Buch und alles, was da drinsteht, das stimmt. Und das Weirde ist, ich habe doch, das ist eine Antwort auf mein Video dazu. Und ich habe doch in genau dem Video, wo er gerade darauf antwortet, das alles ausgehebelt. Ich habe das doch alles z... Alles. Unter dem Video, was ich da gemacht habe, haben unzählige, vor allen Dingen Christen, drunter geschrieben, vielen, vielen Dank, ich bin Christ und vielen Dank, Rezo, dass du das so dargestellt hast. Weil Christentum ist was ganz anderes, als was da so ein paar vereinzelte Deppen auf TikTok irgendwie posten. Und jetzt kommt er an und muss ich das jetzt nochmal wiederholen? Muss ich nochmal... Keine Ahnung, Digga. Und erster Konter 6, 9 bis 10... Warum darf der Bibeltyp sein Weltbild nicht haben? Ja, ey, der darf sein Weltbild haben, wenn er danach lebt, ist ja eine schöne Sache. Aber der soll nicht so eine gefährliche Scheiße äußern. Also der spricht den Menschen ab, dass sie normal sind, also Menschen, die homosexuell sind oder transsexuell sind, spricht er ab, dass sie normal sind, dass sie offensichtlich besessen sind von irgendeinem Geist und dass er den austreiben möchte. Es tut mir leid, aber dieses Weltbild sollte er nicht haben. Und wenn er das hat, dann soll er das für sich behalten und nicht irgendwie noch der Öffentlichkeit mitteilen. Plus, der findet das scheinbar gut, Exorzismus zu betreiben. Und das ist ja wohl eine Sache, die jetzt... Naja, also keine Ahnung, ne? Hab dein Weltbild, aber lass einfach die Menschen in Ruhe. Das wäre ganz cool. Irgendwie Leviticus, das alte Testament, einigen sich alle... Er kann Logik nicht folgen. Ich glaube auch, er kann Logik nicht folgen. Also ich kriege einen krassen Vibe von und er ist kognitiv und das meine ich jetzt gar nicht abwertend, sondern wirklich als... Ich bin überzeugt davon, dass er nicht in der Lage ist, logisch zu denken und wirklich logisch Schlüsse zu ziehen. ...darauf, dass der Humus nicht in den Himmel führt, wie der natürlich ist und ein Gräuel in Gottes Augen ist, um es ganz klar zu formulieren. In dem Video habe ich so viele Beispiele aufgeführt von anderen Sätzen in der Bibel, die, und da sind wir uns alle einig, trash sind. Und das ist nicht schlimm. Es ist nicht schlimm. Die Bibel ist total wertvoll in ganz vielen Punkten. Der christliche Glaube ist total wertvoll in ganz vielen Punkten und trotzdem gilt, dass es ein paar Stellen in der Bibel gibt, die halt trash sind und nach denen auch Gott sei Dank, Gott sei Dank, fast kein Christ lebt. Ja. So Stellen wie, ich krieg's nicht mehr wörtlich auf die Kette, aber so Stellen wie, wenn du störrische Kinder, sollst du vor die Tore der Stadt ziehen und einbuddeln und deine Friends holen, alle Männer aus der Stadt holen und dann sollen alle Männer aus der Stadt, die sollen so eingebuddelt sein bis zum Kopf, die Kinder, wenn die störrisch sind, wenn die widerschwendig sind, dann sollen alle Männer aus der Stadt Steine auf die Köpfe der Kinder werfen, bis die Köpfe der Kinder komplett matsch sind, damit die Kinder tot sind. Das steht in der Bibel. Ist das cool oder ist das trash? Diese Menschen im Himmel... Boah, das ist jetzt eine gute Frage von Rizzo. Ich kann's nicht ganz einordnen, also ob das jetzt cool oder trash ist, also ist mir eine sehr komplexe Frage. Wiedersehen möchte. Das ist mein Herz dahinter. Ich selbst habe vor paar Wochen für einen jungen Mann gebeten. Und das ist so schade, Alter. Eigentlich ist es so f***ing simpel. Es sind so die kernchristliche Lehre, die Kernlehre von Jesus Christus, hat damit nix zu tun, ne? Hat nix damit zu tun, irgendwelche Kinder zu steinigen, die störrisch waren. Hat nix damit zu tun, dass irgendwelche Gays nicht gay sein sollen oder so, sondern die Kernlehre von Jesus ist was ganz, ganz anderes und hat für viele Leute einen super positiven Wert und eine super positive... Vor allen Dingen auch die zehn Gebote hebelt doch so viel... Guck mal, wenn wir jetzt mal nach den zehn Geboten gehen, dann hebelt das doch auch gefühlt alles aus, wofür Torik hier steht, ja? Also da ergibt vieles auch gar keinen Sinn, was Torik hier erzählt, wenn er sich komplett an diese zehn Gebote halten würde, ne? Weil wenn du allein schon sagst, liebe deinen Nächsten so wie dich selbst oder wie du, ja irgendwie so in der Art, ne? So mit Nächstenliebe, dann sollte er doch auch die Menschen so akzeptieren, respektieren, wie sie sind, oder? Weil das hat ja auch was mit Nächstenliebe zu tun, aber Nächstenliebe ist ja nicht mit jo, guck mal, du bist besessen, weil du bist ja schwul, du bist nicht normal. Wenn du allein schon das Normalsein absprichst, dann liebst du ja jemanden nicht, ja? Oder zeigst da Nächstenliebe. Also da ist doch, da knackt's doch schon wieder so ein bisschen durch, oder? Also, ja, keine Ahnung. Aber das zeigt ja auch wieder, dass die Bibel in vielen Hinsichten auch ziemlich widersprüchlich ist. Was er wahrscheinlich nicht ganz checkt. ... Auswirkungen. Und dann kommen solche Leute daher, die einfach alles so sch*** machen müssen, weil sie nicht damit klarkommen, dass einzelne Sachen in der Bibel vielleicht nicht so geil sind. Die sind, aha. ... der frei wurde von Humboldt. Er hat einen unreinen Geist manifestiert, er hat angefangen zu zittern, wow, etc. und wurde frei im Namen von Jesus. Krass. Coole Story. Ich weiß, das klingt sehr heftig, aber es ist eine coole Story, Bro. Es ist die Wahrheit. Ja, übrigens, die Wahrheit ist auch, woher sind wir gerade bei Awakening Europe, ähm, war es bei Awakening Europe? Gefälscht? Nee, das ist tatsächlich nicht das. Ähm, Awakening Church gefälscht. Ein von der Gemeinde online verbreiteter Beleg für die Heilung eines Krebskranken erweist sich aber als Fälschung. Torik? Du bist es, mein Engel. Du bist es. Du, äh... Ey, ihr seht's, ich war schon auf einigen Seiten unterwegs und hab mir da ein paar Artikel durchgelesen. Und tatsächlich kam das hin und wieder, dass, äh, Dinge gefälscht wurden, ja? Hier steht auch. Steht wegen eines gefälschten, wahrscheinlich eines gefälschten, äh, Krankenbelegs oder was weiß ich, oder Gesundheitsbelegs, ähm, hier steht's in der Kritik? Na, ist halt doof, ne? Wenn man mittlerweile schon, äh, wenn man mittlerweile schon Berichte hat, wo man sehen kann, ah, da war man nicht ganz ehrlich und hat sogar, und, und hat sogar, ähm, Belege für die Heilung eines Krebskranken gefälscht. Damit man dann sagen kann, ach, guck mal, er wurde von Krebs befreit, ja? Weil sonst kann man ja nicht Krebs heilen, geht ja schlecht. Also, in den meisten Fällen, dass man es direkt heilen kann. Und die haben das einfach, einfach geschafft. Aber ist jetzt doof, ne? Wenn was rauskommt, dass es gefälscht war. Naja. Aber Mr. Kropo, Torik, wird's wahrscheinlich besser wissen. Nee, nee, das ist nicht, das ist nicht das Heftige in dem Video. Es gab andere Sachen, Torik, in deinem Video von dem, was du gesagt hast bisher, das klang heftiger. Vor kurzem hat mir auch jemand auf Instagram geschrieben, der transgender ist und der weiß, dass es nicht richtig ist, aber irgendwas in ihm sagt ihn, dass er im falschen Körper ist. Ja, cool. Krasser Beleg. Danke dir. Wenn eine Stimme da ist, ist eine Person da. Wenn etwas in dir sagt, dass du im falschen Körper bist. Ich glaube, er merkt nicht mal, dass es kein, kein logischer Gedankengang ist, den er hat, sondern er haut einfach drei Anekdoten raus, die grob was mit dem Thema zu tun haben und sagt, dann seht ihr, fertig. Es ist ja nicht mal eine Gedankenkette, es ist ja nicht mal eine Kausalkette, es ist, dann guess what, du brauchst Befreiung. Raffi, danke dir. Und das sage ich nicht aus einem hasserfüllten Herz, sondern ich sage dir, Jesus liebt dich und er will dir ein neues Herz mit neuen Verlangen geben. Okay, das gesagt, möchte ich noch hinzufügen, dass, gucken. Ja, und das ist genau der gleiche Sprech wie bei diesem Awakening-Zeug. Ähm, die sagen auch immer, nicht sie heilen jemanden, sondern in der Situation, wo sie die Hand auflegen oder so, heilt Jesus sie oder Gott heilt sie durch den Heiligen Geist. Ja. Also, also praktisch die Hand heilt nicht, sondern Jesus ist es. Und, äh, also ich bin mir relativ sicher, dass, dass Torik, ähm, also zumindest, ich weiß jetzt nicht, ob das offiziell ist, dass er in dieser, in dieser Gruppe ist, aber ich glaube, dass er bei Awakening Church mit dabei ist. Das passt alles eins zu eins drauf. Ähm, müsste man nur noch mal gucken, ob er es wirklich ist. Aber ich hatte auch mal ein Bild gefunden, wobei das war nur in seiner Schuhe, ja, keine Ahnung. Da haben mir Leute geschickt, ja, guck mal, Torik, der ist da bei Awakening Church oder so, aber ganz genau belegen kann ich jetzt gerade nichts sagen. Guck mal. Boah, Alter, ich merke auch, wie, wie triggert ihr alle seid im Chat, ne? Also, das, äh, ich, ich scheine hier nicht der Einzige zu sein, der, ähm, wirklich, ja, ich, ich finde es einfach schade, ich weiß, dass es so Leute gibt. Ich weiß ja, dass es Leute gibt, die queerfeindlich sind, nicht logisch denken können und eine sehr simple Wahrheit bevorzugen und deswegen halt, weiß ich nicht, ähm, auch gegen Leute halt gehen. Äh, natürlich wissen wir, dass es solche Leute gibt, aber es ist halt schade, das zu sehen. Humus ist nicht so, dass die Sünde hier ganz oben ist und die anderen Sünden sind hier. Nein, es ist so, dass Lügen, egal ob es Lügen ist, egal ob es Stehlen ist, egal ob es Humus ist, Pädophilie ist, ähm, Sophilia ist, Saushalt der Ehe, so Das ist die Aufzählung, Leute. Ja, das ist auch so klassisch. Das ist die Aufzählung. Lass uns nochmal die Aufzählung hören. Und die anderen Sünden sind hier. Nein, es ist so, dass Lügen, egal ob es Lügen ist, egal ob es Stehlen ist, egal ob es Humus ist, Pädophilie ist, ähm, Sophilia ist, ist doch alles gleich. Saushalt der Ehe. Sünde, alles gleiche Sünde, alles gleiche Sünde. Aber Digga, es ist halt so dumm. Dieses Ganze, dieser ganze Take bringt einen halt gar nicht weiter. Der bringt einen halt gar nicht weiter, weil du sagst halt letztlich, ja, wir sind alle Menschen, alle Menschen sind voll Sünde und wir brauchen Jesus Christus, um uns zu befreien und deswegen müssen wir an Jesus glauben. Wir kennen es. Es ist doch, es ist ja nichts, was jetzt, wo jetzt irgendjemand sagt, ach krass, ah, so habe ich das noch nicht betrachtet, das habe ich noch nie gehört. Sünde ist Sünde, eine Sünde, damit brichst du das Gesetz gegenüber Gott und eine Sünde ist, schick dich auf den Weg in die Hölle. Die gute Nachricht ist diese, dass Gott liebt dich so sehr, dass er vor 2000 Jahren ein Mensch... Gott liebt dich so sehr, dass er laut Thorik dich in die Hölle schickt, wenn du nicht ganz das, wenn du nicht genau das gemacht hast in deiner Lebenszeit, was er gern hätte. So sehr liebt er dich. Mensch wurde, in Form von Jesus Christus. Das ist Liebe. Er hat ein perfektes Leben geführt, ohne zu lügen, ohne zu stehen. Ganz kurz, nur um das zu betonen, ich f*** hier nicht auf den christlichen Gott. Ich glaube, der christliche Gott ist viel cooler, als was Thorik glaubt. Thoriks Gott, nicht der christliche Gott, Thoriks Gott, der ist wack. Der christliche Gott, laut mir, ist viel cooler. Der liebt dich nämlich wirklich. ohne zu sündigen und ist dann für deine Schuld ans Kreuz gegangen. Er wurde begraben und ist nach drei Tagen wieder auferstanden, sodass wenn du umkehrst... Also Thorik ist halt wirklich jemand, der offensichtlich erstmal einen zu tiefen Schniefer aus der Bibel genommen hat und zusätzlich auch noch denkt, dass das, was er sagt, oder die Bibel auch eins zu eins zu ernst nimmt und denkt, dass das, was er sagt, auch noch das Richtige ist. Und das ist schade, weil das zeigt mir, dass er übel verblendet ist und gar nicht reflektieren kann, was der auch für ein gefährliches Zeug da verbreitet. Ist ein bisschen traurig. Sondern ihm glaubst, ein neues Herz mit neuen Verlangen kriegen kannst, Beziehung haben kannst mit Gott und nicht auf dem Weg in die Hölle bist. Er ist halt der typische Prediger, ne? Also, ich verstehe nicht, warum er das jetzt zu dem Ausschnitt gesagt hat, aber ich glaube, er versteht es selber auch nicht ganz. Er wollte halt nur, weiß nicht, einen Talking Point abfeuern. Aber Real Talk, er wirkt doch, also jetzt mal ohne Scheiß, schreibt mal eins rein, wenn ihr das auch so seht. Er wirkt doch, als wäre er gehirngewaschen. Der wirkt doch original so, als hätte den jemand das eingetrichtert. Als hätte irgendjemand gesagt, ja, du musst es sein, du musst es sein, du musst es sein. Und irgendwann hat es so Klick gemacht und dann ist er wirklich so geworden. Also, so wirkt das und dann hat er so eine Mission die ganze Zeit, nur so in eine Richtung zu gehen und so völlig auch so gaga, irgendwas in die Kamera zu klappern. Aber das ist schwierig. Also, erst mal ist es unangenehm zum Anhören, zum anderen ist es halt wirklich gefährlich, wenn Leute sich das Video angucken und denken, yo, das was der erzählt, ist auch noch, boah, krass, da geschehen Wunder. Aber nein, es entstehen keine Wunder. Offensichtlich wird hier mit Fälschungen, werden irgendwelche Heilungen versprochen oder so. Ja? Junge, es ist einfach, das ist gottlos, ja. Wir werden eines Tages vor Gott stehen und Gott wird uns richten anhand unserer Taten. Niemand von uns kann bestehen. Ich kann dir objektiv sagen, so in welcher Form war das jetzt ein Konter zu dem Ausschnitt, den er vorher gezeigt hat? Zu null Prozent. Er hat einen Ausschnitt gezeigt, hat ihn gesagt, er hat das alles aus dem Konix geschnitten und hat dann gesagt, yo, ich predige mal ein bisschen. Wow, Digga, danke dir. Das Lügen ist nicht richtig, Stehlen ist nicht richtig, Homoside ist nicht richtig, Pädophilie ist nicht richtig und Juden zu töten ist auch nicht richtig. Das ist eine weirde Aufzählung, Torik. Das ist eine ganz, ganz weirde Aufzählung. Digga, wie ist das eskaliert? Also, wie, Digga? Wie das Ganze eskaliert, ist relativ simpel. Du hast mal ein Clip aus dem Kontext genommen. Mein... Ist... Warte mal, warte, 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 warte. Man kann es nicht mal aus dem Kontext nehmen, weil die Aufzählung hat ja einfach stattgefunden. Also, dann ist es schwierig, überhaupt den Kontext außer er hätte jetzt irgendwas zitiert und wie so hat es als sein eigenes Zitat dann stehen lassen. Aber ansonsten, es ist schwierig, das aus dem Kontext überhaupt zu reißen, oder? Ganz kurz. Ist seine gesamte Verteidigungstaktik sozusagen, dass er einfach, einfach sagt, alles ist aus dem Kontext genommen, obwohl er bisher alles wiederholt hat aus den Clips, die gezeigt wurden? Ja. Also, literally alles. Wow. Ist das alles, ist, passiert noch was anderes? Also, es wäre ja, es wäre ja eine Taktik zu sagen, es aus dem Kontext genommen, wenn du dann nicht nochmal wiederholst, was in dem Clip gesagt wurde. Aber okay, ey, cool, nee, ich will ihm da gar nicht reinreden, das ist, ähm, macht übel Sinn, was er macht. Der Clip war nämlich dieser, der Punkt, Also, ich hab den Clip aus dem Kontext genommen, wo ich abgespielt habe, dass er in eine Reihe stellt, ähm, Homosexualität, Pädophilie und Judentöten. Diese drei Sachen. Die drei Sachen hat er in eine Reihe gestellt und hab das dann kommentiert, dass das weird eskaliert ist. Sass. Und jetzt sagt er den Kontext, der gefehlt hat. Okay. Den ich versucht habe zu machen, war dieser. Das Gefühle sind nicht vertrauenswürdig als Standard für Wahrheit. Wir alle hatten schon mal einen Crush in unserem Leben und spätestens Es ist doch immer lustig, dass er von Wahrheit spricht. Er weiß doch selber nicht mal, ob das wahr ist, ob die Schrift, ob die Bibel, ob die Religion das einzig Wahre ist. Das weiß er ja auch nicht, aber gut, dass er davon spricht, was die Wahrheit ist. Jeder kann das doch nur für sich denken, ja. Jeder denkt auch anders oder stellt sich Gott anders vor. Ja gut, er ist die Wahrheit. Er weiß auch die Wahrheit übrigens. Das ist ja auch sein Vater, weil er ja auch Quanten-Ne-Monikular-Biologe war der. Deswegen hat er auch die Wahrheit über die Welt, ja, wie was zustande kam. Mit Urknall oder kein Urknall. Das weißt du. Okay, sprich sofort, Walter Torik, aber ganz dünnes Eis gerade für dich, ne? Okay, Gefühle, also etwas, was man nicht objektiv irgendwie wirklich als Gesellschaft feststellen kann, sollte nicht, sollte nicht die Basis sein für die Wahrheit. Okay, weil wenn man es nicht objektiv feststellen kann, kann man sich ja irren in seiner Wahrnehmung in der subjektiven. Okay, cooler Take, Torik. Geh damit mal wohin? Ah, das ist Spark. Junge, das sieht aus wie eine Turnenkrone. Damit hätte er sich jetzt fast von Torik, ähm, das hätte jetzt ganz schwierig sein können, Rezo. Dieses Logo sieht aus wie eine Turnenkrone und damit machst du dich über den Sohn Gottes lustig. Wenn du mich fragst, lösch das. Lösch das und komm nie wieder zurück ins Internet, Rezo. Da gehst du jetzt gerade einen Schritt zu weit, sag ich ehrlich. Dass Gefühle nicht vertrauenswürdig sind als Platz für Wahrheit. Deine Gefühle können sich täuschen. Manchmal fühlen sich Menschen danach, Menschen zu ermorden. Manchmal fühlen sich Menschen danach, mit Kindern zu schlafen. Ja, das ist messed up, da stimme ich zu. Aber Menschen haben Gefühle und nicht alle Gefühle sind vertrauenswürdig. Das heißt, was kann ich vertrauen? Das ist die Frage, die du dir stellen solltest. Kann ich dem Staat vertrauen? Ich meine, der Staat hat im Zweiten Weltkrieg legalisiert, Juden zu töten. War das richtig? Nein. Warum war das? Wir haben den Take for Sun. Deswegen, das Einzige, was man trauen kann, ist Gott. Das ist nicht richtig. Ich meine, es war ja legal damals. Das sind alles richtig wichtige Fragen, die man sich stellen sollte. Und meine Antwort auf das Ganze ist, dein, dein, die einzige Wahrheit, wissen wir nur von Gott. Das ist der Take. Standard für Wahrheit sollte nicht deine Gefühle sein. Dein Standard für Wahrheit sollte nicht der Staat sein, weil dieser kann sich auch täuschen. Sondern stattdessen, dein Standard für Wahrheit sollte das Wort Gottes sein. Yes. Oder Moral. Die eigene Moral. Aber okay, ja gut, mal schauen. Torik. Ah, Digger, du merkst so sehr, dass er wirklich nie gelernt hat, zu denken. Und das meine ich nicht, irgendwie, um auf ihn zu sch***en. Ich meine es wirklich ernst. Ich bin fasziniert davon, wie jemand, der, der, sein gesamtes ethisches Bild, ausschließlich davon abhängig macht, was er für ein Gefühl hat, welche Religion die Wahrheit ist. Das ist es ja. Er hat das subjektive Empfinden, dass dieser Gott die Wahrheit ist und nicht der, 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 der oder der. Weil es beanspruchen ja, es gibt ja viele Götter und viele sagen, ich bin die Wahrheit. Und er sagt, nee, die sind alle nicht die Wahrheit, sondern diese. Der ist, der Gott ist die Wahrheit. Und woran macht er das fest? Letztlich einem subjektiven Gefühl. Kann er ja nicht messen. Es gibt ja kein, kein Mathe-Paper darüber, welcher Gott jetzt die Wahrheit ist. Und jemand, der sein Weltbild so aufbaut, sich dann so aus dem Fenster zu lehren, zu sagen, Gefühle, Digga, das kann doch nicht sein, dass du das benutzt, um gut und böse zu unterscheiden. Unfehlbar ist. Naja, Rito hat es nur nicht verstanden. Die Bibel lehrt ja, also gehe ich jetzt mal davon aus, ich habe jetzt auch nicht die Bibel gelesen, aber, dass, seine Religion hier, die er da kundgibt, die einzig wahre ist. Und, deshalb, hat Rezo wieder gar keine Ahnung und labert hier Scheiße. Ich bin Team Tore, nee, Spaß bin ich nicht, aber, nee, Rezo, ganz, ganz großer L-Move, die ganze Zeit schon, erzählt er die ganze Zeit Quatsch und Quatsch mit Senfsoße. Und, nee, hört nicht darauf, was Rezo sagt, weil Rezo erzählt nicht das, was in der Bibel steht, eins zu eins, und das ist schade. immer gleich bleibt. Er ist auch ein gerechter Gott. Was immer gleich bleibt? Das Wort Gottes ist doch nichts, was immer gleich bleibt. Es gibt auf der Welt. Ich bin Team Eigentorik. Junge, wir haben ja das letzte Mal gesagt, schreibt mal alle Grobmotorik rein, wenn ihr bisher geschaut habt, aber Leute, jetzt bitte als Algorithmus-Kommentar, tut mir den Gefallen, an die Inkev-Zuschauer, wenn ihr bisher geschaut habt, schreibt mal bitte Eigentorik rein, das ist ja zu gut einfach, weil da schießt richtig viel Eigentoriker. Unzählige Versionen von dem Wort des christlichen Gottes und noch viel unzähligere Versionen von den Worten von anderen Göttern. Ey, das Einzige, was immer gleich bleibt, ist das Wort des Gottes in der Version von im Kopf von Torik. Und Torik sagt, das, was ich für eine Version von Gott im Kopf habe, das, das ist die Wahrheit, das ist die einzige Wahrheit. Jeder andere Mensch auf der Welt, der was anderes denkt, der weiß einfach nicht die Wahrheit. Alter, traurig, traurig. Er muss Ungerechtigkeit bestrafen, er muss Menschen bestrafen. Ganz kurz, und war jetzt... Ey, komm, ich bin jetzt einfach, komm, mach ich jetzt auch mal. Klassischer Eigentorik. Komm, noch einen Kommentar an der Rezos Video, erfreut sich doch bestimmt auch. Schreibt mal alle rein, dass es ein Eigentorik ist, bei dem Video von Rezo. Warte, wo haben wir denn? Ich glaube, das ist das. Ja, das dürfte der Link sein. Ja, gib mal hier drauf und schreibt mal noch Eigentorik, dann sei der Team Eigentorik. War jetzt irgendwas aus dem Kontext gerissen? Gefällt mir, ja. Torik. Ich weiß nicht. Ich weiß jetzt nicht, welcher Kontext da gefehlt hat. ... wie Hitler. Er muss... Okay, warte, noch gibt's der neue Clip. Ich wollte ihn nicht unterbrechen, sorry. Er muss Ungerechtigkeit bestrafen, er muss Menschen bestrafen, wie Hitler. Er muss Menschen bestrafen, wie Stalin. Er muss Menschen bestrafen, wie dich. Jo, Digga, ich hab gar nix gemacht. Wie kann ich... Hey, Rezo, du hast locker auch schon mehrere Millionen Menschen offen gewissen, also tu mal nicht so. Jeder hat so seine Leichen im Keller. Ja gut, bei Hitler waren's, wie viel? Sechs, sieben Millionen? Bei Stalin? Ja, ich weiß grad nicht, aber... Und bei Rezo wahrscheinlich ähnlich. Denn die dritte Person in dieser Aufzählung sein. Ist es wirklich angemessen, dass ich dahin gehöre? Ja. Abgesehen davon, dass diese Aussage aus dem Kontext ist. Bei dem ist alles aus dem Kontext. Das wird von mal zu mal wilder, weil er halt auch Rezo dann irgendwann sich fragt, ob er ihn eigentlich verarschen will. Hätt ich mir fast gedacht, dass die auch wieder aus dem Kontext sind. Ich kann das so richtig geil. Oh mein Gott. Ha, ha, hmm. Okay, es ist wieder aus dem Kontext. Das ist eine schlechte Rhetorik. Er wird wahrscheinlich jetzt wieder grandios belegen, was er eigentlich meint. Nämlich genau das. Okay, gucken wir mal zu. Ist es so, du und ich, wir beide werden eines Tages vor Gott stehen. Und Gott wird gucken, ob du eine gute oder eine schlechte Person warst. Ob du einen Hilf... Und zwar nicht irgendein christlicher Gott, sondern nur der aus Toreks Kopf. ...Himmel oder in die Hölle kommst. Das Problem dabei ist, dass keiner von uns ist gut. Hast du schon mal gelogen? Bestimmt. Wie nennst du jemanden, der lügt? Einen Lügner. Hast du schon mal gestohlen, auch wenn es nur etwas Kleines ist? Wenn ja, wie... Also wenn ich jemandem das Herz stehle, zählt das auch? Oder ist das... Wie wird das gewertet? Und wie schaut es aus mit der Astralebene? Was ist, wenn man auf der Astralebene böse ist? Habe ich auch mal gehört. Kaiser wurde da mal... Oder Kaiser hat da mal jemanden angegriffen auf der Astralebene. Ist das böse? Weil unter den Umständen dürfte Kaiser wahrscheinlich dann auch nicht in den Himmel kommen. Weil ja da auch jemand Unrecht getan hat. Also da waren die... Die Vorwürfe waren hart. Sage ich ehrlich. ...stehlt ein... ...dieb. Ach so. Das, ja. ...dieb und ein Lügner sind keine gute... Sorry, hab falsch gedacht. ...person. Mein Punkt in dem Video war nicht, dass... Oh, du bist Stalin, du bist Hitler. Mein Punkt war... Mein Punkt war nicht, dich in eine Reihe mit Hitler und Stalin zu setzen. Aber genau das habe ich halt gemacht. Ja, okay. Du und ich, wir sind schuldig. Sie waren schuldig. Wir alle brauchen einen Retter und sein Name ist Jesus Christus. Bitte dich. Ja, aber trotzdem, du kannst generell auch in der Geschichte fast niemand gleichsetzen mit den Leuten, die du aufgezählt hast. Und dann sagst du, du bist auch schuldig. Und... Also, wie kommt denn das rüber? Ja, das ist schon... Das ist schon komisch, ja, verglichen zu werden mit Massen... Äh, mhm, mhm, ne? Ey. Ey, bevor wir, ganz kurz, bevor wir weitermachen, lass mal, ich habe hier so sechs Clips oder so aus dem neuen Video von ihm. Was, der hat sechs Clips? Aber die kann er doch jetzt nicht zeigen, oder? Sind nur, glaube ich, einzelne Schnipsel. Ob die auch so sind, nur, um es zu verstehen. Lass nur die erste. Lass nur den ersten Clip gucken. Ich habe sechs... Sechs... Ja, woher hat die gefunden? Bei Pornhub, oder wie? Ausschnitte. Er hat sechs Ausschnitte. Nee, also jetzt... Lass nur die erste. Lass nur den ersten Clip gucken. Ich habe sechs... Sechs Ausschnitte. Ich weiß nicht, wie er da rangekommen ist, ja? Da halte ich mich aber ganz klar fern. Ich habe damit nichts zu tun. Wir gucken nur ein... ...noch immer heiratet. Bums, nein. Er kommt nicht in die Hölle. Du... Ach so. Ach, er meint, mit sechs Ausschnitte meinte er, weil er so hart gef... Ne? Wird von Tietje. Ja, nee, alles gut. Ich wollte lustig sein. Hat nicht funktioniert. Alles gut. Ciao, ciao. Oh, warte. Auf euch, ja. Das kann ich noch da packen. So. Die Bibel sagt, kein Lügner, kein Unzüchtiger, kein Dieb, kein Homos... Kein Pädophiler, keiner, der mit Tieren schläft, also so viel ihr betreibt, kommt ins Königreich Gottes. Wenn du das außerhalb der Ehe hast... Das ist derselbe Talking Point, den wir gerade gehört haben, ne? Wenn du lügst, wenn du stielst... Hey, warte mal, aber er redet jetzt... Meint er jetzt Menschen, die diese Krankheit haben oder diese Störung haben, oder meint er Menschen, die dadurch, also die das auch wirklich ausleben? Die Pädophilie beispielsweise ausleben? Wie meint er eigentlich damit? Meint er generell Leute, die das, also weil die können ja nichts dafür, dass die so sind? Wofür die was dafür können, ist, sich helfen zu lassen und das nicht zu tun? Naja. Aber gut. Bisher jetzt... Naja, okay. Wenn du die Gebote Gottes gebrochen hast, bist du direkt auf dem Weg in die Hölle. First Class Ticket. Und ich sage das nicht aus Hass. Nee, er sagt das, weil er liebt. Ja, ja klar. Nee, okay. Ich dachte mir einfach nur vielleicht... Junge, das ist so ein guter... Ey, wie er es gesagt hat, aber das ist ja gut so nebenbei. Aus Hass. Nee, er sagt das, weil er liebt. Ja, ja klar. Nee, okay. Ich dachte mir einfach nur, vielleicht ist der Vibe anders, aber dann können wir auch das Video weitergucken. Es ist halt genau dasselbe. Cool. First Class Ticket in die Hölle habt ihr alle, die gesündigt haben. Also, literally, ihr alle. Alle. Füll mich. Bombastischer. Füll mich. Füll... Pass auf, das ist aus dem Konnex gerissen, wird er jetzt gleich wieder sagen. Also, für jemanden, der sich gerade von Gay-Shit freimachen will, ist das maybe nicht die beste Wortwahl gerade. Der Clip mit Füll mich ist so aus dem Konnex gezogen. Junge, das ist doch gut. Im Gegens, bei jedem Punkt ist es aus dem Konnex gerissen. Das macht mich immer wieder glücklich. Hätte ich mir fast gedacht, ich hätte mir fast gedacht, dass auch dieser Clip, auch dieser Clip aus dem Konnex gerissen ist. Hm. Ganz kurz. Wenn er jetzt erklärt, dass es gar nicht so gemeint war, dass er gerne von Jesus gebankt werden möchte. Ich glaube, dann hat er den Joke nicht gegettet, ne? Wenn er das meint, mit es ist aus dem Konnex gerissen. Der hat auch den Joke nicht gegettet, ja. Ich glaube, das habe ich in meinem Video aber auch angesprochen. Der hat es einfach nicht gereilt, dass das offensichtlich Ironie ist oder halt übertrieben ist. Aber ich weiß ja nicht. Es ist heftig. 2022 habe ich gelivestreamt auf TikTok. Ich habe das Evangelium deklariert, die gute Nachricht, nicht die schlechte Nachricht. Und Leute wurden gefüllt mit der Kraft von Gottes. Leute wurden geheilt. Leute haben Feuer durch ihren Körper gefühlt, haben Elektrizität durch ihren Körper gefühlt. Ey, das Ding ist, ich gönne ja allen Leuten, solche Experiences zu haben, ne? Aber nicht zu verstehen, dass es auch andere Begründungen auf der Welt gibt, dass du in einem, ich sag mal, Ritual im Weiteren Sinne, Feuer durch deinen Körper fühlst und ne ganz krasse Erfahrung fühlst oder so. Das, das ist halt stupid. Weil wir halt wissen, dass du mit ganz verschiedenen Sachen solche Zustände erreichen kannst. Das ist ja deswegen auch etwas, was Leute gezielt erreichen. und das im Christentum, aber auch in anderen Religionen, auch in nicht religiöser, aber so spiritueller Sachen oder so oder auch einfach ohne jegliche geistige Welt kann das auch funktionieren. Also, du kannst das, du kannst das erreichen durch, durch deinen Geist alleine. Du kannst durch... Die Logik von Riso ist mir so unschlüssig. Ich glaube immer noch an Toriks Version. Der legt einfach die Hand auf und dann kommt der heilige Geist und heilt die Person. Weil Torik ist ein Macher. Torik ist unfassbar schlau und reflektiert und hat einfach Ahnung studiert. Riso, alles gut bei dir? Weil du siehst mir gerade ein bisschen unentspannt aus. Ja, warum guckst du hier so komisch hoch? Ja, gut, machen wir weiter. ist okay. Durch Meditation zum Beispiel einen Zustand erreichen, ich glaube nur an das, was der Meinungspirat sagt. Junge, ich auch, ich auch, ich auch. Seitdem ich den Meinungspirat kenne, glaube ich auch nur noch an den Meinungspirat. Danke. Der total abgefahren ist, der total überirdisch wirkt. Du kannst durch körperliche Techniken, bestimmte Atemtechniken, irgendwelche Dinge rufen, Kollektiverfahrungen, etc. Ich kenne mich damit auch nicht gut aus, aber ihr wisst ja genau, was ich meine. Oh, 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 gefährliches Halbwissen hier. Gefährliches Halbwissen hört nicht auf das, was Riso hier gerade sagt, weil das ist extrem gefährlich. Ähm, du kannst auch mit Substanzen nachhelfen, ich werde jetzt keine nennen, aber fängt zum Beispiel mit L-S an und hört mit D auf oder fängt mit W-S Laserschwert? Also mit D hinten dran? Die M an und hört mit T auf oder es gibt verschiedene Sachen, wo man so, wo Leute gezielt Techniken oder Substanzen einsetzen, um solche Sachen zu erreichen. Und das ist cool, das ist fein, das ist super, es ist super, wenn man Leberwurst auch, würde auch gehen tatsächlich. Ja, also entweder Laserschwert oder Leberwurst. Ja, ja, doch, doch, ich denke, das ist es, wegen LSD. Wenn man ein bisschen mehr in seinem Leben fühlt, als nur das Weltliche, das ist wunderbar, wenn das Leute mehr fühlen als das Weltliche. Ich glaube, das ist was ganz, 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 ganz Tolles. Es ist nur wack, wenn du sagst, ja, dass das Bild, was ich im Kopf habe, wie die Sachen sind, dass die einzige Wahrheit, ihr alle kommt in die Hölle, weil ihr alle lebt nicht nach dem, was in meinem Kopf ist. Das ist halt echt, ach, einfach so unsympathisch und wack, ne? 21 hab ich auch gelivestreamt und Leute haben angefangen, dass die Augen nach hinten gerollt sind, Dämonen wurden. Ja, das ist geisteskrank, als du gerade schilderst. Leute ausgetrieben, Depression ist gegangen, Panik ist gegangen in Jesus' Namen, Anxiety ist gegangen in Jesus' Namen. Ja. Ey, wenn... Also guck mal, Panik ist gegangen in Jesus' Namen, aber bei Travis Scott ist die Panik gekommen. Aber halt nicht in Jesus' Namen. Er das sagt, ich würde ihm glauben, weil ich glaube, er hat noch nichts Falsches gesagt bisher. Leute wurden geheilt in Jesus' mächtigen Namen und so will ich dir auch heute sagen, wenn du dieses Video guckst... Einer ist geflogen. Ich war dabei, also muss ich kurz sagen, ich war auch dabei, wo er das gemacht hat. Aber in Jesus' Namen ist er geflogen. Im Livestream. Und einer ist wirklich, der ist geflogen durch den Raum. Da war einiges, da ist einiges passiert. Das, ich rede nicht von... Dann ist Lilnas Ex gekommen, weil er ist der Dämon, ist der Hyper-Gay, ist der so Hardcore-Gay, also ein richtig krasser Dämon. Und dann hat er ihn besiegt, also die haben gekämpft, mit Lichtschwertern. Ich hab... Lichtschwerter, ey, wie komisch ist das? Sind gerade noch von Laserschwert geredet. Aber Lichtschwert kann auch sein, das meint er vielleicht mit LSD, Lichtschwert. Ich hab das gesehen. Ich hab wirklich... Das war so krass. Ich... Glaubt es mir doch. Glaubt es mir, die Leute. An der Religion. Ich rede nicht von irgendeiner speziellen Kirche. Ich rede vom lebendigen Gott und sein Name ist Jesus Christus und er will dir begegnen. Er will dich füllen mit seiner Kraft. Er will dich füllen mit seinem Heiligen... Er ist wieder am Predigen, ne? Also... Ja, vor allem er ist ganz schön viel wieder am Rumfüllen. Hat es einen weiteren Sinn, außer er wiederholt halt Predigt-Talking-Points, die er wahrscheinlich schon hunderte Male runtergerattert hat. Er will die Depression nehmen, er will die Exide nehmen, er will die Homos... Er will viel. Ja, ja, ich merk das schon. Er will ganz schön viel. Aber guck mal, aber du bist da auch nicht da... Guck mal. Er will viel, aber wir sind hier nicht der Willi. Also vielleicht heißt der ein oder andere Willi so, der kann viel wollen so, aber ich bin nicht der Willi und deswegen will ich auch nicht so viel. Und ja, oder beziehungsweise man will viel, aber kann halt nicht so viel erreichen und schaffen. Und das Gleiche musst du auch mal merken, dass es Gott auch nicht kann. Natürlich will der viel. Aber Gott heißt auch nicht Willi. Ja? Mach's doch nicht... Der Satz geht so cool los, ne? So, hey, ich glaub an den Gott, der will dir so... so Sachen aus deinem Leben nehmen, die voll... die du gar nicht haben willst, die total schlecht sind, wo sie alle einig sind, dass cooler wär, wenn man die nicht hat, ne? So was wie Depressionen, wo alle sagen, ey, es wär schon cooler, wenn man die nicht hat, so, ne? Das will der dir nehmen. Das ist voll der coole Typ, dieser Gott. Das ist ein ganz nicer Typ. So, wow, Torek, voll schön. Den Gott, den du beschreibst, ist ja voll der coole Typ. Ja, und das, was der dir auch nehmen will, ist halt... Warum? Weil's die falsche ist. Warum hat er die mir gegeben? Der hat die dir nicht gegeben. Du hast irgendwas gemacht, dass du die hast. Hey, was hab ich denn gemacht, Digga? Ja, aber du kommst auf jeden Fall in die Hölle, wenn du dich nicht loswirst. Digga, mach doch nicht so ne Sch***. Es ging so gut los, es ging so schön los, dass da so ein Dude ist und der nimmt dir deine Depression, der nimmt dir deine Ex... Superschön. Bleib doch da. Das reicht doch. Reicht das nicht für ne Religion. Das ist doch der schöne Part an der Religion. Behalt den doch. Behalt doch den, mach weiter und alles ist gut. Jesus mächtig im Namen. Das gesagt bedeutet, dass das Jesus... Ich betone noch mal, ich gehe hier nicht, nicht auf den christlichen Gott. Das, was Torek beschreibt, ist nicht der christliche Gott. Die aller, 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 allermeisten Christen glauben an einen anderen Gott. Es gibt nicht den einen christlichen Gott. Es gibt auch nicht den einen, den einen Gott, im Islam. Es gibt in keiner Welt, in keiner Welt Religion eine Version von Gott, sondern unzählige Versionen von Gott. Und manche davon sind immer wack, immer menschenverachtend und damit auch verachtenswert. Manche davon sind super cool und super nice. Deswegen, hier ist nichts ein grundsätzliches Urteil über irgendeine Religion. Ja, aber guck mal, Rezo, du musst doch auch mal gucken, was in der Bibel steht. Ein bisschen mehr Bibellehre. Also ich wäre ja dankbar, wenn Rezo endlich mal die Bibel liest, weil dann kann er es sich endlich mal füllen lassen von einer Schrift, von einer Uraltschrift, die definitiv eins zu eins wortwörtlich zu nehmen ist und danach sollte man dann streben. Ja, wir finden es ein bisschen schade, weil ich habe von Rezo mehr Kompetenz erhofft hier in diesem Video. Christentum ist cool. Jesus diese Menschen nicht liebt. Nein, das heißt es nicht. Wenn du Part von der LGBT-Community bist, will ich dir heute sagen, von Angesicht zu Angesicht, beziehungsweise Bildschirm, ne? Ach so, Bildschirm. Gott sei Dank hat er es nochmal gesagt. Jesus liebt dich. Ja, und deswegen will er, dass du halt nicht so bist, wie du bist, weil das ist nicht so geil. Sonst kommst du in die Hölle und wirst bestraft. Cooles Weltbild, Digga. Gott liebt dich. Er will dir ein neues Herz geben mit neuen Verlangen. Wir alle müssen umkämpfen von unserer Schuld und auf Jesus Christus vertrauen als Herrn und Retter und durch die Kraft des Heiligen Geistes transformieren. Oh Mann, Alter, das ist alles so stupid. Wisst ihr, was da immer passt? Das Meme, ich habe sehr, sehr starke Schmerzen. Das passt die ganze Zeit. Also bei jedem Satz von Torik denke ich die ganze Zeit, ich habe ganz, ganz starke Schmerzen. Es ist halt einfach so. Dafür wurde es erschaffen, dieses Meme. Und ich frage mich, wie man es so werden kann. Also frage ich mich bis heute, schon seit Beginn von Torik, frage ich mich das, es ist hart. Es ist wirklich hart. Es ist märzhaft. Du hast recht, du kannst dich selbst nicht verändern. Das stimmt. Aber Jesus kann dir ein neues Herz mit neuen Verlangen geben. Dass du halt nicht mehr diesen ekelhaften Gagel machst, das ist echt wack. Ich betone noch mal, die meisten Christen sind nicht so. Unter dem Video, unter dem Video von mir, um das es geht, haben so viele Christen drunter geschrieben, dass sie dankbar für das Video sind, dass sie super wack finden, dass es vereinzelt so Hardcore-Christen gibt, die einfach Menschen verachten, reden so, und dass Christentum anders ist. die meisten Christen sind nicht so. Wirklich. Es ist mir ganz, ganz wichtig, dass das rüberkommt. Ihr wisst, ich komme aus dem christlichen Background, deswegen, ich habe Christentum als etwas sehr Positives wahrgenommen. Aber, lass uns doch noch mal eine kurze Unterbrechung machen und ein, zwei Clips aus dem anderen Video nochmal gucken. Okay, jetzt kenne ich den. Okay, jetzt bin ich gespannt. Einfach damit, wir ein bisschen die Abwechslung hier drin haben. Ich habe noch fünf Clips aus diesem Video. Diese Gesellschaft vertauscht. Und die Namen der Clips sind teilweise schon weird. Deswegen, ich tue mich mal wieder nach oben. Wir hören mal hier wieder rein. Los geht's. Gefühle und nur weil du etwas fühlst, heißt es nicht, dass es richtig ist. Diese Gesellschaft vertauscht nämlich Liebe auch mit Lust. Liebe und Lust ist nicht das Gleiche. Liebe und Lust ist nicht das Gleiche. Aber warum will er sich dann von Jesus sich füllen lassen? Das ist jetzt, ist das auch so ein bisschen Liebe und Lust Faktor, oder? Und ich glaube, dass das oft der Fall, warum es sein ist. Beziehungsweise ich glaube, dass das der Fall, warum es sein ist. Und wie doch so oft, wie doch so oft, wenn du einen queerfeindlichen Dude einfach ein bisschen reden lässt, es sind immer dieselben Points. Es sind immer dieselben Sachen, die sich da entfalten, die du da rausholst. Es ist einfach, es sind einfach die verinnerlichten Weltbilder. Also ich finde, wenn sich jemand so entfaltet, den muss man dann irgendwann auch mal wieder zusammenfalten, ja? Also das ist so meine persönliche Perspektive drauf. ... dass diese Gruppe eigentlich nicht so lieben kann wie unsere Gruppe. Unsere Gruppe kann das viel besser als diese Gruppe. Das weiß ich gar nicht, warum das so ist. Aber das habe ich von Kind auf habe ich das so gelernt. Deswegen muss es ja so sein. Es ist so traurig. Torik tut mir wirklich leid. Weil der, ich ... Junge, der ist 21, der wirkt mir so krass gebrainwashed und das ist schmerzhaft. Ich habe keine Ahnung von der Biografie von Torik. Aber ich wäre verwundert, wenn er nicht schon von Kind auf mit Queerfeindlichkeit sozusagen groß geworden wäre. Das würde mich wundern, wenn das nicht so wäre. Ich gehe, ich würde darauf wetten, dass auch, wenn man sich, weiß ich nicht, ich weiß jetzt nicht, wie er aufgewachsen ist, ob er bei seinen Eltern aufgewachsen ist, ist mir auch völlig egal. Aber das Umfeld, wie er aufgewachsen ist, ich bin mir relativ sicher, dass er das da relativ, relativ stark bekommen hat. Also ich will jetzt nicht das Wort indoktrinieren. Ja doch, kann man eigentlich an dem Punkt so sagen. Weil jemand, wenn jemand so brainwashed ist wie er, das ist einfach nur traurig, Digga. Einfach nur traurig. Ja. Das stimmt. Okay. Okay. Er gefällt mir der Name, ja. Aber das CH kannst du wegmachen. Get Swifty, ja. Denn wir sind Team Swifty. Wir sind die Swifties. Ein Hurra auf alle Swifties hier draußen, ja. Also wir sind die Taylor Swift Gang. Ähm. Das nur an der Stelle. Ich habe unendliche Schmerzen, ja. Unendliche Schmerzen, äh. was ich hier hören muss, musste. Sehr schlimm. Sehr, sehr schlimm. Jetzt ist gerade die Zeit, wo wir den Part splitten. 44 Minuten haben wir jetzt angehört. 46 Minuten gucken, äh, schauen wir uns jetzt gleich an. Ähm. Das ist jetzt der Split. An alle Incaf-Zuschauer, ihr wisst, was ihr in die Kommentare schreiben müsst. Denn die Eigentorik ist am Start. Äh. Äh. Ja, nee. Es freut mich sehr, dass ihr hier zugeschaut habt. Krass, dass ihr überhaupt bisher, ähm, ja, zugehört habt, weil es echt schlimm war. Äh, weil die Schmerzen sind unerträglich. Lasst super gerne ein Abo da, dann verpasst ihr auch nicht den Teil 2. Der kommt nämlich jetzt im Anschluss in ein paar Stunden. Und, also dann um 16 Uhr, nee, um 17 Uhr. Und, äh, damit wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Macht es gut, haut rein. Ich denke, ich habe ein Zwängchen. Euer Alpha Kevin und tschau tschau.